hey leute hier ist ein filmfehler aus dem film das fünfte element schaut mal gleich auf das gebäude und auf den fahrstuhl der hier unterfährt achtet mal darauf wenn sie gleich runter springt wie das gebäude dann aussieht bzw die gebäude wand so jetzt fahrstuhl ist irgendwie nicht mehr da dann schaut mal auf ihre hände noch mal das ist glaube ich noch ein zweiter filmfehler hier bin ich gerade nicht mehr sicher ob das hier die stelle war schau mal die szenen am anfang da waren ihre hände richtig dreckig und hier sind sie plötzlich sauber